Nachdenkseiten Die kritische Website Nord Stream Öffnung Putin reicht Deutschland immer noch die Hand Trotz Baerbocks nie wieder Ein Kommentar von Tobias Riegel Mehrere öffentliche Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in den letzten Wochen waren direkt an die deutsche Bundesregierung gerichtet Unter anderem das konkrete Angebot, sofort Gas über die verbliebene Leitung von Nord Stream 2 an Deutschland zu liefern Diese Zitate zeigen Die Bundesregierung hat es trotz Waffenlieferungen, Sanktionen und verbaler Hetze nicht geschafft das deutsch-russische Verhältnis in dem Maß zu schädigen, wie man es erwartet hätte Russland wäre demnach bereit, an eine für beide Seiten und ganz Europa unverzichtbare Zusammenarbeit anzuknüpfen Läuft Annalena Baerbocks infames nie wieder langfristig ins Leere? Der russische Präsident hat vor einigen Tagen bei der russischen Energiewoche gesagt Aber Nord Stream 2 geht direkt nach Deutschland Ein Strang ist unbeschädigt Das wären 27,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr Man muss nur den Knopf drücken Dafür aber ist ein Beschluss der deutschen Bundesregierung erforderlich Die wollen lieber alles 30% teurer kaufen und nicht unsere Energieträger nutzen Das ist ihre Entscheidung Zitat Ende Er ist also offensichtlich noch vorhanden Der russische Pragmatismus gegenüber seinen europäischen Nachbarn Und das trotz Waffenlieferungen, jahrelanger harter Hetze und Wirtschaftskrieg Viel länger sollte man aber nicht mit dieser Geduld auf russischer Seite rechnen Deutschland wird für immer auf russische Energie verzichten Diese aktuellen Vorstöße Putins machen Hoffnung Dass das deutsch-russische Verhältnis von der aktuellen Bundesregierung nicht in dem Maße zerrüttet werden konnte, wie es mutmaßlich geplant war Die Worte des russischen Präsidenten schwächen auch die infamen Erklärungen der Außenministerin Annalena Baerbock für immer auf russische Energie verzichten zu wollen Hier folgen zur Erinnerung noch einige der zerstörerischen Zitate unserer obersten Diplomatin Baerbock aus dem letzten Jahr Deutschland werde für immer auf russische Energie verzichten Die Sanktionspakete Deutschlands würden dazu beitragen, Russland derart zu schädigen dass es volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt Ja, sie würden Russland ruinieren Dass die Sanktionen nicht wie offiziell beschrieben wirken musste Baerbock inzwischen zähneknirschend einräumen Dass die Sanktionen aber sehr wohl wirken aber eben gegen die Bürger hierzulande das hat etwa die Berliner Zeitung beschrieben Der amerikanische Energielieferant für den europäischen Markt hat natürlich ein Interesse daran Bereits eine Woche vor der russischen Energiewoche hatte sich Putin bei der Valdai-Konferenz zum Terroranschlag gegen die deutsch-russische Nord Stream 2 Pipeline geäußert Übersetzung verlinkt von Thomas Röper innerhalb des Artikels In dieser Antwort geht Putin auf die Vorgeschichte des Anschlags auf die Pipelines ein und auf die bisher unangemessenen Reaktionen darauf Unter anderem sagt er dazu Und schließlich muss man bei der Beantwortung der Frage wer die Schuld trägt immer auch die Frage beantworten wer ein Interesse daran hat Der amerikanische Energielieferant für den europäischen Markt hat natürlich ein Interesse daran Die Amerikaner wollten das schon lange und sie haben es erreicht Durch wessen Hände, das spielt keine Rolle Es gibt noch eine andere Komponente in diesem ganzen Problem Wenn jemals herausgefunden wird wer es getan hat muss er natürlich zur Rechenschaft gezogen werden Das ist ein Akt des internationalen Terrorismus Zitat Ende Bereits bei der Valdai-Konferenz hatte Putin in ähnlichen Worten wie dem, des am Anfang dieses Textes stehenden Zitat sein Angebot zur Öffnung von Nord Stream 2 vorgebracht Zitat Zitat Ende Auf der russischen Energiewoche vom 12. Oktober wurde auf diese Äußerungen wiederum nochmals eingegangen Auf die Frage, ob es von der deutschen Seite irgendwelche Reaktionen auf das russische Angebot der Gaslieferungen gegeben habe antwortete Putin Nein Russland liefert noch immer Gas durch die Ukraine Dann geht er auf die nicht nur selbstzerstörerische sondern auch widersprüchliche Energiepolitik Deutschlands und anderer europäischer Länder ein Zitat Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken dass wir sowieso Gas über die Ukraine nach Deutschland liefern Es kommt nach Österreich Der Knotenpunkt heißt Baumgarten und von dort wird es an Verbraucher in fast ganz Europa verteilt Ich denke, es kommt auch nach Deutschland Und weiter Sie kaufen es 30% teurer in den USA ein Dort ist man glücklich Einige Unternehmen ziehen, wie ich bereits sagte, in die USA um Wissen Sie, ich möchte jetzt korrekt sein aber ich habe den Eindruck, dass da ein irgendwie unkluges wirtschaftliches Verhalten ist Als ob sie der deutschen Wirtschaft absichtlich schaden Ich verstehe einfach nicht wozu Warum kann man Deutschland über die Ukraine mit Gas versorgen aber Ihrer Meinung nach geht das nicht über Nord Stream 2 Warum kann man Polen nicht anbieten, die Jamal-Europa-Pipeline zu öffnen Ich verstehe das einfach nicht Zitat Ende Über den allgemein sehr widersprüchlichen und selbstzerstörerischen Charakter der westlichen Energiepolitik sagte Putin Aber die Gaslieferungen gehen weiter auch durch das Gebiet der Ukraine Wir liefern durch das Territorium der Ukraine und zahlen übrigens Geld für diesen Transit Ich habe bereits darüber gesprochen Wir hören, dass wir Aggressoren sind dass wir so und so böse sind Aber Geld stinkt anscheinend nicht Das Geld für den Transit bekommen Sie Sie kassieren das alles ein Wir zahlen Geld, weil die Ukraine das Transitland ist und wir liefern nur deshalb Transit durch die Ukraine weil wir unsere vertraglichen Verpflichtungen gegenüber unseren Geschäftspartnern in Europa erfüllen Zitat Ende In den beiden Übersetzungen finden sich noch weitere interessante Punkte Dieser Text soll sich aber auf Nord Stream und das Angebot an Deutschland konzentrieren Die hier beschriebenen Szenen mit dem russischen Präsidenten sind wahrscheinlich nicht so spontan, wie sie aussehen sollen Mutmaßlich sind die Szenen inszeniert, um die Bundesregierung vorzuführen und um die richtige Botschaft anbringen zu können Das mag sein Aber auf die Botschaft kommt es ja an und die ist sehr zu begrüßen Sind die Worte Putins nur leere Provokationen? Nun, die Bundesregierung könnte es herausfinden indem sie in Verhandlungen über preiswerte russische Energielieferungen eintreten würde Anmerkung Aktualisierung am 18.10.2023 13.30 Uhr Dieser Satz wurde hinzugefügt Ende der Anmerkung Betont werden muss auch, dass ein fruchtbarer Handel Deutschlands mit Russland keine naive Unterwerfung unter ein russisches System bedeutet und auch nicht mit einem romantischen Verhältnis zu Russland begründet werden sollte Es ist schlicht im beiderseitigen Interesse Und eine europäische Friedens- und Handelsordnung ist undenkbar solange nicht auch die Interessen des europäischen Landes Russland einbezogen werden Ansonsten erscheinen die hier zitierten Szenen als würden die Erwachsenen beraten wie sie ein störrisches Kind die Bundesregierung wieder aus der selbstzerstörerischen Schmoll-Ecke bekommen Nur, dass das im Fall der ideologisch von den Grünen dominierten Bundesregierung keine irregeleiteten Kinder sind sondern Politiker, die bewusst eine bestimmte Geopolitik machen Im konkreten Fall ist das eine Geopolitik die den Bürgern hierzulande schadet und eigentlich nur mit der Bedienung US-amerikanischer Interessen rational erklärt werden kann Die Energiepolitik der Bundesregierung wird nicht von höheren Gewalten diktiert Sie ist eine bewusste Entscheidung die den Krieg in der Ukraine fast nicht beeinflusst Ein Krieg, der zudem leicht hätte verhindert werden können und dessen lange Vorgeschichte eindeutige moralische Positionen sehr schwierig macht Dass sich die Positionierung gegen Kriegsverlängerung, Waffenlieferungen und Wirtschaftskrieg nicht gegen die Zivilisten in der Ukraine richtet wird in einem verlinkten Artikel thematisiert Die russische Seite hat sich nun einmal mehr deutlich und immer noch überraschend freundlich erklärt Aber auch bei dieser thematischen Zwickmühle bezüglich der Energiepolitik werden es die Bundesregierung und ihre treuen Journalisten wieder einmal schaffen sich mit ganz viel emotionaler Ablenkung und Meinungsmache herauszuwinden Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit Wir freuen uns über die Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit und unsere Aufmerksamkeit